Okay, ich bin jetzt hier oben. Ich kann einmal kurz zurückgehen, dann kann ich mir auch mal angucken, was hier hinten ist. Das heißt, einmal kurz hier vorne her, ist ja relativ frei zum Glück. Bitteschön! Äh, weg! Viel Spaß damit! Ups! Haaaah! Oh, wie geil ist das denn, bitte! Oh! Ein Spielzeugladen! Kann nur im Exosuit aufgehoben werden? Schon mal merken, man kann die Leute auch mit einem Tannenbaum zusammenhauen. Oh, wie schön! Noch ein neuer Schwertfisch! Ist ja passend. Was haben wir hier? Höhlenmenschenkostüm. Oh, 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 oh. Ein Matador-Outfit! Fuck yeah! um um die jahre die jahre wer steht was haben wir sonst noch alles Prozent die Brüder eine eine Kult ich möchte das von vorne sehen oh Gott was haben wir denn sonst noch alles Schönes Spielzeugkeule Nerf Pistole ein Stab nein das brauche ich erst noch mal Moment fuck yeah ich bin evil high hoffentlich sterbe ich nicht auch aus yeah ja komm mal her ich hab Blutdurst als high sehr schön oh hier vorne ist da irgendwas drin was zum war doch nicht so ein Krach was haben wir hier das ist ein ein Zepter nee danke aber warum zum Henker wird das denn jetzt hier angezeigt irgendwas muss doch dann hier sein oder nicht wir haben hier eine Blendgranate eine Handgranate oh eine Registerkasse ganz toll mh nein die bringt uns aber nichts nach hinten raus geht es nicht ich hab keine Ahnung Edelsteine hab ich hier mh noch mehr Edelsteine nee die kann ich an sich aber erstmal nicht gebrauchen gib mal ich hab' euch ein Viech kann doch die Hau sein verdammte Tat Ach, du Scheiße. Oh! Peter! Peter! Genau! Aber die Kettensäge so an sich ist ja schon nice Ist nur dezent Unhandlich Aber macht Spaß War's das? Natürlich nicht Ja Herrlich In den Arsch Tach, Peter Cooles Ding So, Moment Bevor ich da jetzt weitergehe Hier hinten Gehen wir aus dem Weg Gibt es etwas Angeblich Soll es hier irgendwo Ah, das ist hier Das ist da nebenan Drinne Okay, gut Versuchen wir da mal schnell hinzugehen Komme ich nicht hin Tür ist zu Na toll Okay Dann halt mich Ähm Ich wollte ganz woanders hin Ich wollte Da war ich jetzt Da bin ich gerade Eben dran Vorbei Nimm halt den Zebrastreifen Zebrastreifen Und wer zum Fink hat Dieses scheiß Fahrzeug Genau hier hingeparkt Das kann man so scheiße steuern Hier Ist überhaupt nicht Offensichtlich Und hier muss ein Flammenhelm Trizaratops Maske Und Chemikalien Mobiltelefon Was zum Finken Was ist das Das ist der Vlog Besuchte Personen Nein Persönliche Ah, okay Du tust so Als wäre mein Traum Ein Witz Aber Mike Wer träumt denn bitte davon Bei der Security zu arbeiten Ich, Jim Wir beide haben davon geträumt Bevor du erwachsen wurdest Okay Jim und Mäh Mick Geht weg Spielzeug Lichtschwert Haushaltsreiniger Haushaltsreiniger Es fehlt mir nur noch eine Maske Irgendeine Maske brauche ich noch Moment Nein 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 Verprügelig mit dem Spielzeug Aber Funktioniert auch so gut Schnauze Kettensäge mitnehmen Da Fuck yeah Ach du Scheiße Na Und wie funktioniert das jetzt mit dem Hoppala Ich bin ein böses Rhino Fürchtet mich Damit haben wir das dann auf jeden Fall schon mal Ich würde mal sagen Ich gehe jetzt mal hier weiter in diese Richtung Abgesehen davon ist da hinten nämlich noch ein weiterer Bauplan Den ich gerne haben will Und ich renne jetzt einfach mal Weil ich glaube das geht ein bisschen schneller Als wenn ich jetzt zu Fuß renne Äh wenn ich jetzt da irgendwie am Fahren bin Was haben wir denn hier oben Schönes Ach da gibt es auch noch Klamotten Level 13 Was ist denn hier los Oh Ah Na toll Und jetzt hatte ich mich schon drauf gefreut Juhu ich kann jetzt mir meine Tötungsanimationen angucken Aber nö Dann nicht Geh mal weg Aus dem Weggeglich Ein Irre ist in der Nähe Äh Okay Ich gehe jetzt erstmal Aber keine Angst Ich komme gleich wieder Brains Brains Zombie T-Shirt Okay Pistole ist gar nicht mal so unübel Was haben wir noch Was haben wir denn sonst noch alles so schönes an Sachen Aber irgendwie I survived I survived Yeah Das hat noch was I survived Villamette 2006 Jawoll Sehr schön Zombiehorn T-Shirt T-Shirt Kanone Die brauche ich nicht Aber das Villamette T-Shirt Das will ich gerne haben Und das andere Ding Das nehme ich jetzt auch erstmal mit Ansonsten Haben wir hier einen T-Shirt Kanone und Spielzeug Wir haben ein T-Shirt Kanone Gab es hier Und jetzt brauche ich Tüftler Kleiderbügel Nein Ich brauche Spielzeug Haben wir hier irgendwo Ach Ich habe schon was dabei Geil Fuck yeah Wir wollen aber gleich mal einweinen An diesem komischen Hoshi Scheiße 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 Genau Ich könnte aber vorher erst mal was zu essen gebrauchen Haben wir hier vielleicht irgendwo etwas Wo wir Essen können Mal gucken Vielleicht können wir hier irgendwie noch ein Lebensmittel laden Das wäre echt nicht unübel Äh Nein Das ist einen Äh Coconut Kids Das sieht eher aus Wie ein Spielzeugladen Das ist nicht so das Was ich mir jetzt erwünscht hatte Hier ist nochmal ein Klamottenladen Molly Sächel Na noch eine T-Shirt Kanone Ne die brauche ich im Moment nicht Baseball Jacke Swagger Cap Was haben wir hier noch Es sind nur Kleidungsklamotten Ein Ski Halt's Maul Ich hau nicht mit dem Ski kaputt Oh ein Energy Drink Geht raus Wir haben geschlossen Maul halten Dampfe Wichse Kann man nicht wahr sein Verschwindet endlich Du Pistiger Ich hab nämlich das nächste Problem Das sind nämlich gleich die Oh Waffen alle Nämlich Flöten gehen Die große Ski Brille Mach das mein Gesicht Dick Ne Übelst nicht Du siehst nur Ziemlich Naja Oh Die ist fast kaputt Die ist auch fast kaputt Komm dann nehmen wir mal die Machete Und schmeißen das Ding dafür weg Was haben wir Jo Shibini Snowboard Was ist das Feuerwehr Ja bitte Winterweste Sieht ja auch cool aus Eine Snowboard Jacke Hat auch was Skistiefel Wir machen hier den übelsten Einkaufsbummel Schnorchel Jawohl Ein fucking Schneeanzug Wie geil ist das denn Es sind überall Strickmützen Strickmützen mit Bommel Eine Regenjacke Das sieht doch übelst toll aus Was haben wir hier noch Irgendwie was Eine Wintergeweste Über einen Schneeanzug Mit Schnorchel Ja Das sieht sehr stylisch aus Energy Die dringend auf jeden Fall Noch mitnehmen Oh Was haben wir denn hier Schaufensterpupfenarm Hä Hä? Ah! Wie jetzt? Ach, schade. Funktioniert nicht. Graffiti? Was zum Henker die auch bringen sollen? MMA-Handschuhe. Nehmen wir auch mal mit. So, wir sind jetzt voll an Sachen. Wir haben relativ gut Klamotten eingesackt. Ich glaube, es wird Zeit, mal hier vorne sich den Irren zu schnappen. Guten Hallo! Ja, Hallöchen. Wusste gar nicht, dass die Gesellschaft mittelalterlicher Minderbemittelter hier tagt. Was hast du da gerade gesagt? Also, wenn Königin Sandra nur halb so inzüchtig ist, wie sie klingt, dann stehe ich auf sie. Das wirst du bereuen! Deine Mutter war ein Ziesel und dein Vater riecht nach Körperspray. Hey, macht auf! Damit ich dem alten Sack eine verpassen kann! Oh, oh! Ähm! Hey, Blechbüchse! Ich bin gar nicht der Böse hier! Au! 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 Wer wird sterben? Sehr gern! Au! Au! Verfehlt! Ähm! Hm! Ich würde mal sagen... Das ging gleich nach hinten los. Aber ist natürlich jetzt schon ärgerlich. Dann geht man die ganze Zeit durch die Gegend, sucht sich da den ganzen Scheiß zusammen. Denkt sich, jawohl, ich bin jetzt bereit. Geht hin und wird dermaßen auseinandergenommen. Ja gut, das wird hier wahrscheinlich noch ein bisschen öfters passieren. Der Irre wird aber auch noch bleiben. Von dem her, da muss ich mir dann irgendwas anderes überlegen. Wie ich an den rankomme. Hm. Hey, halt, stopp! Ich bin mir gerade dabei, eine Zigarette am Drehen zu tun. Ich drehe jetzt noch zu Ende. Ganz in Ruhe. So! So! Follow me! Come on! Um. Hilfe! Huhu! Hahaha! So! Morgenstern? Nee. Ein Hammer? Nö. Mauerleit! Ups. Okay. Hihihihihihi. So. Oh nö. Moment. Die haben sich hier einen Graben aus Zombies gebaut. Was soll das denn? Schwert in einen Stein. Kleine Anspielung vielleicht? Nö. Okay. Was ist damit? Fack ist zu. Komme ich nicht rein. Stickstoff. Gehen wir mal auf die andere Seite. Seht ein bisschen alt fürs Verkleiden. Hoppala. Hupf. Oh. Ich brenne! Eine helle Wade. Die nehmen wir mit. Okay. Giii. Oh ja. Essen. Sacken wir erstmal alles ein. Schon gut, schon gut. Ich will doch nur durch. Mann, ihr habt echt einen an der Murbeln. So. Ganz ehrlich, die Waffe ist extrem scheiße. Da gefällt mir das schon eher. Ein Schuss. Und tschüss. Nächsten bitte. Was haben wir denn hier schön? Oh. Nein, keine Blankermaske. Ich möchte die eigentlich hier aufsetzen. Und ansonsten scheinen wir hier nix wirkliches zu haben, was im Moment interessant ist. Gucken wir mal, was ein Mäse-Shop so zu bieten hat. Bitteschön. Ich piep's nicht tot. Ich glaube, ich muss dafür nach oben. Oder hinterm Counter. Irgendwo dahinter. Nein! Okay. Ihr komischen Hai los. Hilfe! Hilfe! Und ich soll mich jetzt vor euch irren fürchten? Das tue ich nämlich ein bisschen. Komm schon! Ja! Winsel und Na! Los! Ah! Ding dong! Einen noch! Bist ihr, zu einer ordentlichen Apokalypse gehört eben auch ein Haufen Spinner! Oh. Fuck yeah. Was ist das denn? Ja, sehr nice! Oh, guck an! Der Durchgang ist offen. Sehr schön! So. Hm. Jetzt kommt natürlich die große Frage, wie komme ich jetzt an... Okay, so, das wäre erledigt. So, Weg meinte doch, der Ausbruch hätte seinen Ursprung beim Vordereingang der Mall. Sehe ich mir mal an. Können wir gerne machen. Allerdings. Komme ich da rüber? Geh weg! Ey! Ey! So! Ich glaube, ich bin vergiftet. Oh! Was geht denn? Ja! 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 Du sollst den Schlüssel nehmen! Baron von Brathaus! Ja! 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 Genau so! Ja! 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 Sir Frank, der Allmächtige! Sir Frank, der Monsterschlechter! Sir Frank von Fick die Helle! Ich hau euch alle kaputt, ihr scheiß Nasen! Sir! Ah, okay. Ein Kindermeer? Was zum Teufel? Schnauze! Und wieso zum Henker? Und wieso zum Henker? Bin ich immer noch am Dingenskirchen zu sein? Aus irgendeinem Grund verliere ich permanent Leben! Oder auch nicht! Ich habe keine Ahnung warum! So, die T-Shirt-Kanone, die kann ich erstmal einsacken! Bin ich etwa immer noch vergiftet? Oh! 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 Bahngasflasche! Na, wir nehmen jetzt hier erstmal allen möglichen Scheiß mit! So! Jetzt sind wir nämlich hier erstmal fertig! Äh, drüben ist etwas aufgeschlossen worden! Oh, das ist schön! Das wird angezeigt! Ähm! Wieso wird das als verschlossen? Egal! Wie dem auch sei! Zum Mall-Eingang! Dunt die Tags! Bettüph�iste! Bettüph concentrations! Evet, Dezely 합 Carla,